Tja, so erzählt man sich halt ein paar Sachen, ja? Ja, Heinzi, du kannst ruhig ein bisschen lauter machen. Willst du nachher tanzen mit mir ein bisschen? Ah ja, so eine gewisse Weinseligkeit ist doch was Schönes, oder? Ja, Heinzi, sag mal, können wir da im Flur Blues tanzen? Ja, das hat ja im Flur, hat ja das als Tanzfläche gemacht, ne? Aber können wir auch jetzt hier machen, wenn du willst. Schöne Frau. Huiuiui, da wird mir ja ganz anders. Fühlst du dich gut an? Doch, sehr. Ei, 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 ei. Muss ich ja direkt aufpassen, dass ich meine gute Kinderstube nicht verjesse. Hahaha.